Ich bin truff im Club und spiel auf die Gitarre. Herzlich willkommen beim FlowJab 030. Episode 66, wir sind live dabei hier natürlich wieder in der Jonasstraße 1. Schön, dass ihr alle am Start seid hier am Montagabend, immer wieder eine schöne Zeit. Alle wollen Freestyle und alle haben noch eins dabei. Vielleicht auch alle, was sie kommen, auch die Wegsportlar, einfach so aus dem Kopf. Aber letzten Endes ist es auch ganz sicher, dass ihr wisst, alles Kunst. Jo, Lüri TSK. Alles ist Kunst. Ich hab mich selbst nur gefickt. Jetzt bin ich einfach da, mach einen Schritt nach vorne und 60 zurück. Ich war doch immer gleich, sie denken, hab dein Feuer, fahr drückt. Aber Lüri ist weg. Lüri ist weg. Er steckt eure Feuer an. Lüri ist weg. Lüri ist weg. Die Feuerzeuge sind wieder weg. Versteckt eure Feuerzeuge, der Lüri ist wieder am Start. Lüri ist weg. Back. Versteckt mal dein Feuer, Lüri ist weg. Jedermann, der von mir hat, den Paraloi an. Lüri ist weg. Ich bin Batman im Bett. Ich bin's weg. Back, 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 back. Wie auf diesen einen Track von der Lüri, der backup Rapper war, von diesem anderen Rapper, weiß gar nicht mehr der genau, aber ist auch ganz egal, weil wir haben jetzt noch einen anderen Rapper hier im Haus. Rhy ist immer noch da. Rhy ist weg. Rhy ist weg. Steht. Rhy ist weg. Rhy ist weg. Rhy ist weg. Oh. Okay. Rhy ist weg. Rhy ist weg. Sch. Alle gehen nach. Ja. Vor allem. Und alle gehen nicht. Ja, dass er auch hat ist. Rhy ist weg. Und dann noch, rückt ihr das. Und dann geht's YouTube.com slash und dann geht's. Gut, dann hörst du wie aus diesem Video. Weiß ja auch. Ja, warum war es dann doch hier. Und jetzt klick einfach noch mal den anderen Partner oder sag doch nicht, ist nicht egal. Rücken, 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 wie die Maus. Oder Komet, Arr, vielleicht auch gar nichts, ist mir ganz egal. Aber wenn du es wirklich magst, erzähl es doch, kleiner Ma, und sag dir, hinterlass bitte mal deine Telefonnummer. Ja, in den Kommentaren, und dann komm ich bei deiner Ma vorbei und schau mit ihr. Natürlich halt, Logia, 030, Episode 60, vielleicht auch 68. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir so'n GF-Video mit deiner Ma, also von Grundsensiv her, fähr ich dann am Start. Scheißegal, yo, ich hol mir noch Bier, das brauch ich jetzt unbedingt und nicht, nein, ich brauch ein Bier. Ey, scheißegal, ey, ich hol mir noch Bier, ich bin zahler von uns reich, aber sonst noch gar nicht mehr. Ey, yo, so zu sein, jeden Tag ein anderer Time, und du weißt, wenn dein Rhyme kommt rein, In die Masse, Digger, Rhyme in die Vibes. Ja, das muss kein Muss sein. Rhyme, Rhyme. Der Text ist rein. Rhyme, Rhyme. Ich auch nicht, deswegen, lass uns erst mal uns gegenseitig geben. Ey! Rhyme in den Vibe und raus in die Freestyle-Andy. Eifel, ladies and gentlemen, schön, dass alle am Start seien, yo, yo. Lüge DSK, der Rhyne ist auch am Start, ich bin auf der falschen Seite, ach fuck, verdammt, ist das verknüpft hier mit dem Mikrofon, da sind die einen markiert und die anderen gar nicht so, damit man sich hier richtig auf der Bühne aufstellt, Kunst und so, wegen der Performance muss das ja immer irgendwie nice aussieht, man will ja nicht im Hintergrund wie so ein Klaus rumspielen und die ganze Zeit nur auf sein Smartphone schauen, nein, man will sich bewegen und abgehen, ist ja schließlich eine Bühne, oder wie macht man das sonst woanders auf? Ich denke, ja, man kriegt ein bisschen Schwung in die Kiste, ist doch klar, DSK ist deswegen am Start und macht diese Session natürlich wieder kaputt. Krasse Session, habe lange gewartet, immer da, dicker, ich bin da auch ohne weißen Partner, komm, ich plane, komm in Renate, komm in Kitty, komm in Katerblau, nicht meine Musik, bro. Komm in deiner Bar. Krasse Session, die auf Zeit passen und lasse alles raus, verstehe ich, was die Klaus es macht, sie kleben sich fest, bro, geben sich fest, bro, geben sich fest, bro, geben sich Rest, bro, was für Rest, bro, ich bin Chio, ich bin Ess, ich bin sie, ich bin alle, denn du weißt es, wir sind immer da und das Leben zu kurz wie Scheißstreit. Also scheiße, werf ich die Kacke an, dein Kopf um mich rein, du bist wegen Scheiße, immer noch, immer noch wegen Scheiße. Ich habe wohl auf der falschen Seite gestanden, immer noch wegen Scheiße. Man ist streit, über die einen bis in die anderen, immer noch die gleichen. Immer diese Scheiße ist der Grund, warum ich schreibe, warum ich manchmal nachts nicht schlafe und stattdessen aufstehe und mich hinsetze, nur um dann mein Laptop aufzuklappen und dann irgendwie das Word-Programm hochzufahren und dann irgendwie in die Kasse zu hacken, zu tippen, aber es ist natürlich ganz klar, völlig normal, Raumzeitkümmer. Und dann tippt er los, irgendwas, kennt er doch schon vom Poetry-Slam ein paar Jahre lang und dann einfach mal so in einem Jahr, 43 Texte, 6 Minuten waren auf 43, unterstädtliche Mühlen kann man machen, ist doch klar, aber nur als Raumzeitkümmer, denn ansonsten wäre das ja fast irgendwie gar nicht drin, weil das Jahr hat doch gar nicht so viel. Ach, was rede ich hier, ganz egal, laut der 930, wir sind am Start, die ganze Community, alles wunderbar, jeden Montagabend sind sie alle hier, es ist phänomenal, ich freue mich so sehr, bald sehen wir uns auf dem Meer oder vielleicht so ähnlich. Ich hab gehört, wir haben so ne Spezial-Episode auf dem Wasser, mal sehen, was die sein wird, aber wir verlosen natürlich jede Session noch ein Ticket dafür, für diese Sonntag-Medition. Und deshalb wollen wir immer schauen, welcher Rapper heute am besten hier basiert. Ich bin truff im Club und spiel auf die Gitarre.